Ich muss meine Augenbrauen zupfen. Ich werde meine neue Pinzette testen. Ein Haar hier und eins genau hier. Warte, noch ein bisschen. Sie müssen symmetrisch sein. Genial. Die Pinzette war hier irgendwo. Nein, nimm deine haarige Nase von mir weg. Sehr gut. Ist das eklig. Heute ist ein besonderer Tag. Ich muss falsche Wimpern tragen. Oh nein, ich habe nicht damit gerechnet, dass es so windig ist. Warte, du bist stärker. Sorry, Eva. Ich entferne mein Nagellack. Gabe steht mir super. Komm schon, wo ist mein Nagellack? Bye, Gabe. Hey, mein Kleid. Ich muss nur noch zwei Nagellackieren. Wo ist mein Kleid? Oh, Glückwunsch. Du siehst toll aus. Wunderschön. Jetzt kommt die rechte Hand dran. Ich will Süßigkeiten. Danke. Oh, M&M's. Mit Nüssen. Aber eines der M&M's ist eine Tafelnuss. Oh Mann, mein Zahn ist rausgefallen. Hm. Cool. Ich habe es geschafft. Das Popcorn freut sich heute. Es bekommt seinen eigenen Platz. Dieser Film ist witzig. Der Becher und das Popcorn unterhalten sich über den Film. Aber Nick ist leider auch noch da. Hast du das gesehen? Oh, wo bist du? Ich habe kein Popcorn mehr. Hey Mann, der gehört dir. Danke. Eine Kopfmassage? Welcher Schlüssel ist es? Hier ist doch niemand, oder? Ich breche die Tür auf. Nur einen Schlag. Oh, das tut weh. Vielleicht dieser hier? Tür. Ich will nur mit dir reden. Keine weiteren Fragen. Dann ist es der hier. Ich kriege sie schon auf. Ich bin ein Profi. Endlich habe ich den richtigen Schlüssel. Ist meine Grundierung wieder ungleichmäßig? Mach dir keine Sorgen. Ich mache Yoga. Mein Beautyblender wird mir helfen. Los geht's. Ich dehne deine Muskeln. Dein Körper ist so angespannt. Entspann dich. Perfekt. Sehr gut. Hey Justin. Hast du Twix? Triege ich einen Riegel ab? Okay. Oh, Menschen. Hi. Mach das Licht aus. Hier. Was ist dabei ein kleines Stück? Danke. Was ist mit dir passiert? Oh nein, nicht dich. Waschtag. Ich muss nachschauen, ob noch was in meinen Taschen ist. Oh nein, ich habe mein Geld vergessen. Hilfe. Mir wird schwindelig. Sarah wird den ganzen Tag am Strand verbringen. Wasser darf nicht fehlen. Die kann ich auch gut gebrauchen. Mein Piercing ist dran. Ich bin hier, beste Freundin. Es ist so heiß heute. Hilfe. Rettet mich. Oh, er ist runtergefallen. Oh. Hm. Skittels. Ich fange sie in der Luft auf. Juhu. Salto. Hab dich. Ich liebe Wackelpudding. Ich esse immer zwei Portionen. Äh, ich habe die Gabel vergessen. Hi. Du bist aber süß. Freuen wir uns umarmen. Warte. Hier waren noch zwei Portionen. Komisch. Hm. Lecker. Äh. Nein. Nicht jetzt. Komm schon. Äh. Jetzt. Nein, ich will nicht. Nicht schon wieder. It's Showtime. Gesundheit. Ich muss mich wieder neu schminken. Ich nehme blauen Nagellack. Jetzt muss ich ihn unter der UV-Lampe trocknen. Eine Sonnenbank. Die kommt wie gerufen. Fertig. Wow. Was für eine schöne Bräune. Als wäre ich im Urlaub gewesen. Ich nehme etwas Honig. Ich nehme etwas Honig. Ah. Oh. Da kommt nichts raus. Dann benutze ich eben einen Löffel. Oh nein, er ist runtergefallen. Ich kann einen Magneten benutzen. An die Arbeit. Oh yeah. Hi. Oh nein. Sie kommen alle zu mir. Ich scheine wohl beliebt zu sein. Wo sind meine kleinen Würmer? Oh. Witzig. Sie lassen sich so gut sehen. Ich bin so flexibel. Das ist ein Kinderspiel für mich. Seht mal. Ich kann einen Spagat machen. Lecker, lecker. Meine Turnschuhe. Ich sollte sie langsam mal sauber machen. Oh. Ich habe ein Jahr lang nicht geduscht. Ich bin die Schnürsenkel fest. Ich ersticke. Hilfe. Ich habe eine Überraschung für dich. Oh. Mein Lieblings-Kaugummi. Hi, Mädels. Oh. Ist das ein Erdbeben? Hi. Oh. Es ist kalt. Liebe ist. Oh nein. No. No. Mein Lieblings-Geschmack. Der ist für dich. Hier, Justin. Eine Schokoladenmünze in einer goldenen Verpackung. Gold? Das gehört mir. Ah. Gold. Gib mir meine Klamotten zurück. Warum will er die Verpackung? Heute werden wir gesalzenes Karamell machen. Es ist genial geworden. Ich füge Salz hinzu. mische es und... Tada. Es ist fertig. Ich bin wieder da. Hi, Karamell. Was ist das? Äh, Salz. Rettet euch. Bevor es zu spät ist. Wo geht ihr denn hin? Dieser Geschmack ist wohl gewöhnungsbedürftig. Ich bin bereit. Ich schneide alles für dich. Erledigt. Genial. Ich bin ein richtiger Profi. Was ist besser als ein entspannendes Bad mit einem Badesalz? Mh. Nur ein Bad mit einer Badebombe. Wui. Ich liebe es zu baden. Lass uns spielen. Und planschen. Das macht so viel Spaß. Oh, ist das entspannend. Wui. Wui. Wui.